Als Dragon's Dogma 1 2012 erschien, hat es keine großen Wellen geschlagen. Weder vor dem Release noch nach dem Release war das Interesse von den Spielern und auch von der Presse besonders groß. Bei Dragon's Dogma 2 sieht das jetzt komplett anders aus. Es hat einmal damit zu tun, dass sich die ganze Spielelandschaft gewandelt hat, es gibt einfach eine viel größere Zielgruppe für so ungewöhnliche und sperrige Spiele, aber der erste Teil hat sich in den letzten zwölf Jahren auch so eine richtige Kult-Anhängerschaft erarbeitet. Als Ergebnis gab es in den letzten Wochen und Monaten einen richtigen Hype um Dragon's Dogma 2. Und jetzt, wo es endlich fertig ist, stellt sich natürlich die Frage, kann es dieser Vorfreude gerecht werden? Mir persönlich gefällt das Spiel sehr gut und wer sehen möchte, wie viel Spaß ich dabei habe, kann gerne mal in mein Let's Play reinschauen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. In diesem Video möchte ich aber ganz gerne mal schauen, was die Presse sagt. Die deutsche Spielepresse, aber auch die internationale. Und da fangen wir doch einfach mal mit der GameStar an. GameStar hat zu Dragon's Dogma 2 leider nur ein Plus-Test. Das heißt, ihr könnt nicht den ganzen Test lesen, wenn ihr nicht Abonnent seid, aber ihr könnt euch trotzdem die Wertung angucken. 84 Prozent. Und ihr könnt uns auch die Plus- und Minuspunkte angucken. Also, GameStar sagt, das passt zu euch, wenn ihr herausfordernde Quests mit versteckten Lösungswegen liebt, ihr gern Mittelalter-Welten mit einem Gefährten-Trupp erkundet und von Partnern kämpfen gegen riesige Kreaturen nie genug bekommt. Aber es passt nicht, wenn ihr keine Lust habt, Questlösungen eventuell googeln zu müssen, euch die eingeschränkte Speicherfunktion beim Lesen schon die Luft abschnürt und euch die Aussicht auf niedrige Bildraten abschreckt. Und das sind schon auch die häufigsten Kritikpunkte, die genannt werden. Hier unten erstmal. GameStar natürlich die PC-Version. Wir gucken auch gleich nochmal auf die Konsolen-Version bei der GamePro. Dass die Technik ein bisschen hakt auf den Konsolen, dass das mit 30 Frames unlockt, ein bisschen ruckelt und selbst auf dem PC mit einer 4090 hat man zwar gute Bildraten, aber auch immer wieder mal Einbrüche, weil das auch sehr viel von der CPU abhängt. Ich kann es ganz gut spielen. Ich habe nicht mal so eine Superkarte, auch keine schlechte. Ich habe eine 4070 Ti und einen guten Prozessor und es lässt sich gut spielen. Aber auch ich habe gerade in den bevölkerten Städten meine Probleme. Die eingeschränkte Speicherfunktion, das ist was, was vom Spiel abhängt. Das kennt man aber auch so was wie von den Souls-Spielen oder von anderen. Du kannst halt nicht immer frei speichern und hast mehrere Speicherplätze und kannst die laden, sondern einen Speicherplatz und musst damit leben. Und die Quests eben auch eigentlich eher ein Pluspunkt für viele ist, dass das eben nicht so und im Questlog alles vorgebietet wird, sondern man muss halt selber ein bisschen aufpassen, wenn gesagt wird, hier geh nach Norden zu dem Baum und an den Rand der Klippe entlang. Dann muss man das auch so machen und nicht einfach nur irgendwelchen Questmarkern folgen oder irgendwelche anderen Sachen auf der Map. Das ist eigentlich auch ganz cool. Obwohl es da auch gibt, ist jetzt nicht so völlig kryptisch. Und die anderen Sachen stimmen auch. Man kämpft gegen große Kreaturen. Das mit dem Gefährten ist echt einer großen Pluspunkte bei Dragon's Dogma, schon beim ersten Teil mit den Vasallen. Und hier steht auch nochmal die herausfordernden Quests mit versteckten Lösungswegen. Bisschen ungewöhnlich, dass die GamePro sogar eine höhere Wertung gibt. Das sind ja auch verschiedene Tester und verschiedene Tests. Die Redaktionen ähneln sich schon, aber sind halt auch unabhängig voneinander. Und die GamePro gibt eben 88 Prozent. Genau wie die GameStar übrigens zieht sie drei Prozent ab. Also die GameStar ist eigentlich bei 87 und wegen technischen Problemen drei weniger und die GamePro bei 91 sogar und zieht drei ab. Da würde ich sagen, nach dem, was ich sonst so lese und mitbekomme, sind die technischen Probleme auf den Konsolen ein bisschen nerviger. Auf dem PC hat man ein bisschen mehr Spielraum. Aber natürlich gibt es auch da PCs, die auf dem unteren Ende der Systemanforderungen stehen und vielleicht noch mehr Probleme machen. Naja, keine Ahnung, was da jetzt gerechtfertigter ist. Auf jeden Fall ist die Gesamtwertung höher. Und auch hier werden ähnliche Pluspunkte und Minuspunkte herausgestellt. Also Dennis Michel sagt, kaum ein Spiel belohnt man Entdeckertrang und aufmerksames Spielen so sehr wie Dragon's Dogma 2. Das mich mit jeder weiteren Stunde mehr fasziniert hat. Sei es durch sein famoses und vielschädiges Kampfsystem oder seine höchst motivierenden und tiefgreifenden Rollenspielmechaniken. Zu meinem Erleben gehören aber auch zwei Erkenntnisse, die für einige unter euch den Spielspaß drücken können. Allen voran die Entscheidung von Capcom auf PS5 und Xbox Series X und S, eine schwankende Framerate ohne alternativen Performance-Mode anzubieten. Generell verdient der Mangel an Einstellungsmöglichkeiten beim AAA-Spiel im Jahr 2022 das Prädikat mangelhaft und schlichtweg enttäuschend. Davon ab, und hier wären wir bei der zweiten Erkenntnis, müsst ihr euch bewusst sein, welche Art von Rollenspiel ihr hier bekommt. Erkundung, Kämpfe und auch Quests unterscheiden sich teils stark von dem, was ihr aus anderen Genrevertretern samt Open World gewohnt seid. Taugt euch das aber, bekommt ihr hier einen Kandidaten für das spielerisch beste Rollenspiel des Jahres. Und Stefan Zielke sagt, Dragon's Dogma 1 gehört zu meinen Top 10 der liebsten RPGs. Das liegt vor allem daran, dass ich selbst nach vielen Jahren und im zwölften Durchgang immer noch neue Mechaniken, Abkürzungen oder alternative Questlösungen entdecken konnte. Der zweite Teil legt hier die Messlatte noch mal bedeutend höher. Das Kampfsystem ist in jeglicher Hinsicht besser, Quests haben mehr Lösungsmöglichkeiten, die Welt ist viel dichter und es lässt sich viel zusätzlicher Content entdecken. Selbst nach 40 Stunden war mir fast nie langweilig und nach dem Durchspielen fing ich ohne Verzögerung direkt einen zweiten Durchgang an, in dem ich schon wieder komplett neue Dinge entdeckt habe, wie spezielle Endgame-Bosse. Dragon's Dogma 2 lässt sich am besten mit der Zwiebel-Analogie aus Schreck beschreiben. Es hat Schichten. Wenn ihr nur an der Oberfläche des Spiels kratzt, dann verpasst ihr viel, was das RPG euch zu bieten hat. Wenn ihr aber euch darauf einlasst und euch die Schichten grabt, dann bekommt ihr eins der faszinierendsten Rollenspiele des Jahres, das euch immer weiter in seinen Sog zieht, je mehr ihr euch hineinarbeitet. Nur die Technik und kleine fehlende Komfortfunktionen geben dem ansonsten großartigen Titel einen unschönen Makel. Dabei ist der Rest so gut, dass ich diese Makel häufig einfach ausblenden konnte. Wie gesagt, meine Meinung möchte ich in diesem Video gar nicht in den Vordergrund stellen. Das mache ich vielleicht noch mal extra. Nur eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mängeln hier so ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten für Barrierefreiheit und das ist sicherlich richtig. Da habe ich das Glück, dass ich davon nicht betroffen bin. Was mir eher positiv aufgefallen ist, dass man solche Sachen wie Bewegungsunschärfe, Tiefenschärfe, chromatische Apparation, Lensflare, solche Sachen, die oft nerven, die kann man alle ausstellen. Damit bin ich sehr zufrieden. Als nächstes haben wir den Test von Eurogamer.de. Die Überschrift heißt Dragons Dogma 2 im Test. Auf dieses Spiel habe ich zwölf Jahre gewartet. Und es hat sich gelohnt. Also ein Fan vom ersten Spiel. Eurogamer gibt 5 von 5 Sternen und sagt, gigantisch groß, aufregend ausgefallen. Zwölf Jahre nach dem Teil 1 trifft Dragons Dogma endlich auf ein Publikum, das bereit ist für seine wunderbaren, inspirierenden, verqueren Einfälle. Ein Glücksfall für Fans und diejenigen, die noch welche werden. Als Kurzfazit sagt er, es ist der seltene Fall eines Spiels, das immer besser wird, je tiefer man darin vordringt. Nicht nur, weil es Neues zu sehen und zu tun gibt und der Held immer mächtiger wird, sondern weil man auch als Spieler an ihm wächst. Die positiven Punkte sind exzellentes Kampfsystem mit vielen interessanten variantenreichen Klassen, riesige Welt, randvoll mit Geheimnissen zum Selbstentdecken, immer noch konkurrenzlos unterhaltsame simulierte RPG-Party, mehr Quests als man essen kann, mit vielen spannenden Lösungsansätzen und das Spiel wird besser und besser. Kontra sind wackelige Bildrate auf Konsole und auch auf starken PCs nicht immer 60 FPS, zentrale Geschichte, wenig Mitreißen präsentiert und Schwächen in Technik und Bedienung. Aber es gibt auch kritische Stimmen, zum Beispiel bei 4Players, allgemein ein eher kritisches Magazin. Das sagt zu Dragons Dogma 2 in der Überschrift im Gewande eines Remasters. Übrigens kurzer Disclaimer hier, sie sagen, dass sie halt noch nicht fertig sind mit dem Spiel, dass sie noch nicht genug Zeit hatten und dass das finale Fazit und die Bewertung deswegen erst noch folgt. Aber das vorläufige Fazit sagt, ich tue mich schwer dem Spiel eine passende Bewertung zu geben und das liegt nicht allein daran, dass ich noch nicht weit in der Story fortgeschritten bin. Auch ansonsten lässt sich Dragons Dogma 2 nicht so einfach einordnen. Es macht nüchtern betrachtet eigentlich nicht so viel falsch, allerdings wirkt fast alles wie aus einem alten Spiel, das Capcom einfach remastert hat. Zwar sein System ist interessant und dass mit der spärlich gesähten Schnellreise und fehlenden Questzielwegweisern nicht jede Lösung sofort vor die Füße geworfen bekommt, halte ich für einen guten Ansatz. Insgesamt finde ich aber vieles unspannend und wenig motivierend. Wenn ich in diesem Zusammenhang von einem klassischen RPG spreche, dann steht dieses Adjektiv nicht unbedingt für eine positive Wertung. Denn es kann auch bedeuten, dass es den Anschein hat, als wäre das Spiel am Reißbrett entstanden. Das klingt nicht nach einem guten Test, das klingt eher was, was in dem Bereich niedrige 70er sich abspielt. Pro und Contra sind auch hier, Vasalensystem garantiert abwechslungsreiche Kampftruppe, beeindruckende Monsterkämpfe mit Zyklopengreifen und Medusa, optisch schöne Spielewelt und extrem umfangreicher Charaktereditor. Aber dagegen nicht viele Abwechslung auf der Reise, Redebeiträge der Vasalen werden schnell repetitiv, oft langweilige Quests und das ganze drumherum wirkt altbacken. Einen eher ausgewogenen Test hat IGN Deutschland von Sascha Penzhorn. Sie sagen in der Überschrift spektakulär, spaßig, aber stellenweise arg angestaubt. Er nennt sich selber ein Fan des Vorgängers und hat sich tierisch auf Dragons Dogma 2 gefreut. Dann gucken wir mal, was er im Fazit sagt. Dragons Dogma 2 richtet sich in erster Linie an alle, die einfach nur mehr Dragons Dogma wollen. Es gibt ein neues spielbares Volk, ein paar spielbare Klassen haben sich geändert, obendrein kommt ein neues Biom hinzu. Ansonsten spielt sich das Teil ziemlich genau wie sein Vorgänger. Die Story ist eher träge, viele Nebenmissionen sehr generisch, die Vasalen haben keinerlei Persönlichkeit und sind mit ihrem endlosen Gequassel oft nervig. Dafür ist das Kampfsystem noch wilder, noch übertriebener und motiviert dazu, sämtliche Klassen, Fähigkeiten und Zauber auszuprobieren. Die endlose Menge an Kämpfen und die recht geringe Gegnervielfalt sorgen auf Dauer für Abnutzungserscheinungen. Insgesamt geben sie eine 7 von 10 und sowohl die Wertung als auch das Fazit klingen gerade für einen Fan des Vorgängers ein bisschen kritisch, wobei man eben sagen muss, er liegt nicht ganz falsch mit seinen Negativpunkten, aber anscheinend fallen sie für ihn schwerer ins Gewicht als bei vielen anderen. Die PC Games nennt ihren Test Dragons Dogma 2 ein wahres Festmahl für alle Abenteurer. Ihr schaltet bei weichgebespülten Games sofort auf Durchzug und hasst moderne Open Worlds? Dann ist Dragons Dogma 2 euer Spiel. Wir ergeben 9 von 10 Punkten sowohl für die PC als auch für die PS5-Version und sagen im Fazit, Dragons Dogma 2 ist ein bildhübsches Abenteuer, das seine Eigenheiten mitbringt, an die man sich erst gewöhnen muss und in dem die eigenen Geschichten oft interessanter sind als die vorgefertigten. Vor allem ist es aber eines, das einfach so unverschämt gut unterhält, dass wir es so schnell nicht mehr aus der Hand legen werden. Bevor wir jetzt noch zum Metacritic, OpenCritic und einen Überblick über die internationale Presse kommen, möchte ich euch noch ein Getränk vorstellen, das auch mal anders ist als der Mainstream. Und zwar spreche ich von Holy. Und die machen mit ihren Eistees, mit ihren Hydration und Energydrinks das mal ganz anders als die großen. Kein Zucker, keine künstlichen Aromen, stattdessen liegt der Fokus auf richtig leckerem Geschmack und natürlichen Inhaltsstoffen. Ich trinke die wirklich gerne und deswegen freue ich mich, dass ich die als Partner hier auf Martin spielt habe. Und auch im Netz sind die Bewertungen wirklich gut. Falls ihr Holy bisher noch gar nicht kennt, würde ich euch empfehlen, mal das Starterpaket auszuprobieren. Mit dem Code Martin5 könnt ihr beim Kauf aktuell sogar noch 5 Euro sparen und bekommt ein großes Paket mit der ganzen Auswahl an verschiedenen Geschmacksrichtungen. Den Link dazu findet ihr unten einfach in der Beschreibung. Mal draufklicken, könnt ihr euch mal angucken, ob das was für euch ist. Und damit schauen wir noch mal bei den Übersichtsseiten Metacritic und OpenCritic rein. Hier haben wir Metacritic. 87 Prozent geben sie für die PS5-Version. Hier runterscrollt sieht man auch die anderen Plattformen. PC 90 und Xbox 88. Die PS5 hat im Moment halt die meisten Critic Reviews. In der Summe verdient sich Dragon's Dogma 2 damit das Label Must Play und liegt auch jetzt in der 2024er Wertung hinter Final Fantasy 7, Tekken 8, Like a Dragon, Valatro und dem Re-Release von Hi-Fi Rush auf Platz 6. Die 87 Prozent bei der PS5 ergeben sich aus 47 positiven Reviews und drei Mixed Reviews. Mixed heißt dabei 70 von 100 oder weniger. Und dabei hat es sich einige perfekte Wertungen eingesammelt. Gaming World gibt 100 von 100, Eurogamer gibt 100 von 100, NME, Gfinity, Sports Illustrated, ich wusste gar nicht, dass die auch Spieletests machen, geben ebenfalls 100 von 100. Das ist alles die PlayStation-Version. Bei der PC-Version Dexerto, RPG-Site, Twinfinite, The Six Axes, VG247 geben 100, VGC, Eurogamer Germany haben wir uns eben ja schon angeguckt, Gameblog FR. Alle eine perfekte Wertung. Da müsst ihr einfach mal schauen, ob da euer Gaming-Magazin, dem ihr besonders vertraut, mit dabei ist. Wir gehen mal ganz kurz runter eben zu den Mixed Reviews. Wir haben drei Stück und das kommt von IGN France, von Digital Trends und Metro Game Central. IGN Frankreich liegt daher mit IGN Deutschland auf einer Höhe. Der Sascha Penzmann hatte ja auch 7 von 10 gegeben. IGN USA gibt 8 von 10. Sie sagen, eine Fortsetzung, die eher eine Remake ist und dass das bei heutigen Standards so ein bisschen altbacken wirkt. Und auch das ist ja sehr ähnlich, was wir im deutschen Test von IGN hatten. Digital Trends sagt, Dragon's Dogma 2 ist ein berauschendes, aber stellenweise auch frustrierendes Rollenspiel, das voll von dynamischen und spielergetriebenen Momenten ist. Klingt besser als die 70. Metro Game Central sagt noch, eine unterhaltsame Open World, ein Action-Rollenspiel mit einem interessanten Ansatz für die KI-kontrollierten Begleiter, die Vasalmen, aber was insgesamt dann einfach genauso enttäuschend ist oder ähnlich enttäuschend ist wie das 2012er Original. Also die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen. Das finden wir auch in anderen Tests. Bei den meisten ist aber auch mit diesem Argument trotzdem die Wertung höher als 70 von 100. Und zuletzt schauen wir noch mal kurz bei Open Critic rein. Die Seite mag ich auch ganz gern. Da bekommt es 89 Prozent im Durchschnitt, 96 Prozent empfehlen das. Wenn man Open Critic nicht kennt, ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Das entspricht also eher der Zahlwertung und das geht auch auf andere Punkte mit ein. Zum Beispiel haben manche Tests ja gar keine Zahl, gar keine Wertung am Ende. Aber es wird auch so ein Durchschnitt der Publikation berechnet. Da wird einfach geschaut, ist das ein Spiel, was empfohlen wird, unabhängig davon, ob es eine 80 bekommt oder eine 82 oder 87. Und da sagen 96 Prozent der Tests, ja das ist ein gutes Spiel, holt euch das im Prinzip. Wichtiger ist aber für viele eben die Zahlwertung und die wird auch verwendet bei der Hall of Fame 2024. Da haben wir Final Fantasy 7 Rebirth, Ballatro, Tekken 8, Like a Dragon Infinite Wealth und Solium Infernung auf den ersten fünf Plätzen und auch dann folgt hier auf Platz 6 Dragon's Dogma. Hier sieht man nochmal die angesprochenen 8 von 10 von IGN USA. Man sieht hier nochmal Metro Game Central, die wir eben hatten, 7 von 10. Aber das ist auch schon wirklich mit die niedrigste Wertung. Alles andere ist im hohen Bereich. Wir haben teilweise die perfekten Wertungen, 10 von 10, 5 von 5 und dann viele in dem Bereich hohe 80er. 89 von 100, 9 von 10 beim Game Informer, PC Gamer, 89 sind oft auch mal ein bisschen kritisch. Aber insgesamt ist das Bild halt sehr ähnlich wie bei Metacritic. Ist ja auch eine ähnliche Metrik. Ja und das war's mit der Übersicht zu Dragon's Dogma 2. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Spiel gefallen wird. Entweder wenn ihr es selber spielt oder wenn ihr wie gesagt in mein Let's Play reinguckt. Lasst mich doch gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!